Musik Ein Mann braucht einen Plan, damit fängt es an. Doch will man es genau, dann fragt man eine Frau. Die wissen, wo die Schlüssel liegen, wo sie günstig schuhe kriegen. Die Wartüberraschungen im Schrank. Die Schöffen beim Sozialgericht, kennen die Ideagen. Obwohl sie immer füren, sind sie kaum krank. Geld überweisen, Kühlschrank in Eisen, Taxi verkaufen, Marathon laufen. Zeitgleich verschicken sie eine Weh. Taxis am Hinken im Dunkeln schminken, promovieren. Kurz die Nerven verlieren. Das alles können sie parallel. Für Frauen ist das kein Problem. So was machen sie mit Wins. Im Sitzen liegen oder stehen meistens gelins. Wenn ich's noch sage, die Frauen ist das kein Problem. Geheimnisse kriegen sie raus. Für alles haben sie eine Creme und sehen immer gut aus. Das hat keine Frage. Sie schwingen, reden im Parlament, reiten durch den Orient und reiten eine Raumstation im All. Zählen, Tiger werfen besser, wissen immer alles besser, hol den Frauenfußball den Pokal. Schlaflied singen, Fallschirm springen, Gewichten heben, Pflaster kleben, Turnschuhe oder auf Ratton. Männere führen, bestellen und schonieren, tanzen nachts bis es kracht und morgen sowieso auch meine Po. Für Frauen ist das kein Problem. So was machen sie mit Wins. Im Sitzen liegen oder stehen meistens gelins. Wenn ich's noch sage, die Frauen ist das kein Problem. Für ein bisschen kriegen sie raus. Für alles haben sie eine Creme und sehen immer gut aus. Ja keine Frage, die Frauen ist das kein Problem. So was machen sie mit Wins. Im Sitzen liegen oder stehen meistens gelins. Ich sag keine Frage, die Frauen ist das kein Problem. Nach ein bisschen kriegen sie raus. Für alles haben sie eine Creme und sehen immer gut aus. Wenn ich's noch sagen. 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 Vielen Dank.